Die Gruppe China Crisis kommt aus Liverpool und in England ist bekannt, dass sie zu Journalisten, die sie nicht so mögen, längst nicht so nett sind wie hier zu unseren Ponys. Aber wie man sieht, bei uns waren sie gut drauf. Früher haben sie sehr viel dunkle Lieder über Liverpooler Probleme gesungen, jetzt sind sie internationaler, es geht um Arizona Sky. Die Gruppe China Crisis 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 Die Gruppe China Crisis